Ich war schon lange nicht mehr so gespannt. Schaut euch bitte diese Kiste an. Wir machen heute ein Full Face von einer Marke, von der ich bisher nur ein einziges Produkt getestet habe. Und wir schauen einfach, was sich lohnt und wo wir sagen könnten, ja, das könnt ihr lieber beiseite lassen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin super gespannt, denn heute mal was ganz anderes. Ich probiere ja einmal im Jahr so eine Full Face Reihe zu machen und ab und zu kommt so eine neue Marke mit dazu. Neu im Sinne von mir neu. Vielleicht kennt ihr ja einige Produkte der Marke schon. Heute geht es um Santa Naturkosmetik oder Santé, je nachdem in welchem Gefilde wir uns befinden. Naturkosmetik aus der Drogerie, preislich gut. Einige Produkte finde ich sehr, 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 sehr ansprechend und wir schauen einfach mal, ob hier ein paar Produkte dabei sind, die wir vielleicht in unsere tägliche Make-up-Routine integrieren könnten. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich freue mich sehr, denn ich liebe es, Marken neu zu probieren. Denn ich liebe es, Marken einmal im Jahr eine Chance zu geben, beziehungsweise manchmal sogar zweimal im Jahr, wenn ich von denen vielleicht nicht ganz so begeistert war. In diesem Fall aber war ich das. Vielleicht erinnert ihr euch vor, das ist jetzt bestimmt auch schon anderthalb Jahre her, gab es von Santa eine Foundation, die ich getestet habe. Eine neue Formulierung, ich glaube, das war die Oil Foundation, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Die war auf Ölbasis, ist natürlich eine ganz spannende Sache. Initiator für das Video waren aber so ein paar andere Produkte, unter anderem die neue High Coverage Foundation, vegan, bio, long lasting, natürliches, frisches Finish und Fytosqualan und eine neue Limited Edition. Ich bin die Limited Edition Maus und wir fangen jetzt mal an. Genug gequatscht. Los geht's. Falls ihr schon Erfahrungen mit Santa habt, dann schreibt mir unbedingt ein Feedback in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Das hilft natürlich nicht nur mir, um einfach euch ein bisschen besser zu verstehen, sondern ihr helft damit allen anderen Mäusen auch. Und wir machen es dieses Jahr auch mal so. Ich glaube, ich habe ein bisschen über die Stränge hinaus bestellt. Alle Produkte, die ich nicht verwendet habe, gebe ich an euch weiter. Was ihr dafür tun müsst, ist euch wahrscheinlich klar. Zählt einfach dieses Emoji. Das zählt schon mit. Und schreibt mir in die Kommentare, wie viele ihr gefunden habt. Schreibt gerne ein Feedback zu der Marke und dann schicke ich euch die restlichen Produkte. Wir fangen an mit dem für mich wichtigsten Produkt und das ist das hier. Das ist ein Color Corrector, ein Correcting Concealer mit Bio-Mandelöl. Concealer mit hoher Deckkraft, grün deckt Rötungen ab, rosa Kastschild Augenringe, beige überdeckt kleine Unreinheiten mit Bio-Mandelöl. Ich benutze ein Color Corrector jeden Tag. Entweder diesen hier von Charlotte Tilbury. Aktuell mag ich ganz gerne den von Becker, aber ich bin auch ehrlich, im Moment ist mein absolut meistgenutztes Produkt dieser Kajal von Action. Man glaubt sich, aber ist so. Und damit ich nicht ganz so müde aussehe, probieren wir das Ganze mal aus. Ich mische mir so ein bisschen diese Farbe hier und diesen Ton zusammen. Das rosa ist mir persönlich ein bisschen zu hell, deswegen bleibe ich eher bei dem Orange. Aber, ne wir gehen mal nur in den Orangeton hier. Es schmilzt sehr gut und die Deckkraft ist sehr, sehr hoch. Die Deckkraft ist wirklich hoch. Also ich gehe mal mit dem Finger rein, dann schmilzt es sofort an. Hier gehe ich jetzt mal nur in den Orangeton. Beziehungsweise haben sie jetzt gesagt, das ist beige für mich. Ist das ein orangiger, stichiger Ton, der auch perfekt dafür geeignet ist. Und ich spare mir auch die Augenfältchen aus. Deckkraft ist hoch. Wir gehen jetzt mal mit dem Grün hier nochmal so ein bisschen rein. Grün ist ja immer perfekt, um Rötungen zu kaschieren. Hier habe ich beispielsweise so ein kleines Pickel mal. Das decke ich damit ab. Hier ein bisschen auf den Wangen. Das ist ein schöner Grüntun, muss ich sagen. Weil der nicht so, der ist nicht so schreckgrün. So und jetzt wird es spannend. Wir haben zwei verschiedene Foundations. Einmal die Radiant Care Foundation mit Biopeptiden All Day Glow. Korrigiert und verblendet sich sehr, sehr gut. Ich glaube, das war sogar die, die ich benutzt habe, ne? Ja, Kokonuzifera Oil. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich zeige euch mal kurz die Textur davon. Ihr müsst das wirklich gut schütteln bei so Produkten. Also eine Sache ganz, ganz wichtig. Naturkosmetikprodukte brauchen immer ein bisschen mehr Produktwissen, finde ich. Ganz spannend. Denn manche Produkte, die Produkte sind einfach anders formuliert. Also beispielsweise diese Foundation, die musst du natürlich schütteln. Du hast eine sehr, sehr leichte, aber trotzdem eine ölige Foundation. Auf der anderen Seite haben wir die neue High Coverage Foundation. Und die soll wirklich, wirklich deckend sein. Deswegen schauen wir das uns jetzt mal an. Wir haben hier, die ist auf Wasserbasis. Leichte, hochpigmentierte Formel mit hoher Deckkraft und natürlichem Finish. Das klingt erstmal gut. Wir haben hier Quetschtube. Sehr hygienisch. Und ihr bekommt viel Produkt mit raus. So sieht die aus. Sehr dicke Textur, muss ich sagen. Richtet so ein bisschen nach Naturkosmetik. Ich gebe mir jetzt erstmal nur ein bisschen was auf. Farbe, ich habe die 6 hier, glaube ich. Ja, die 6. Und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Das ist jetzt ein First Impression Video. Wir schauen mal, wie das Produkt so auf der Haut aussieht. Blende mir das mit so einem Stippling Brush ein. Das ist ja kein Stippling. Mit so einem Foundation Buffer Brush. Mag den Geruch sehr gerne. Ich habe jetzt natürlich noch kein Langzeitergebnis zu der Foundation. Wir haben jetzt Donnerstag. Ich glaube, ihr seht das Video erst nächste Woche Freitag. Bis dahin habe ich die Foundation bestimmt noch ein paar Mal getragen. Und ich schreibe euch hier ein Feedback hin, wie sie parfumt hat. Ich muss sagen, das Finish gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin ja eher so die Glowy Maus. Ich mag es nicht, wenn eine Foundation zu matt aussieht. Ich hatte neulich eine getestet. Die war einfach so pupsi trocken. Das konnte ich nicht tragen. Das ist jetzt aber nicht so ein speckiger Glow, muss ich sagen. Also das ist ein sehr natürliches Finish. Ja, das stimmt. Aber nicht so ölig. Ich glaube, auch im direkten Vergleich seht ihr den Unterschied, wie frisch das Ganze aussieht. Alles ist so ein bisschen ebenmäßiger. Es geht ja, darum geht es ja auch bei der Foundation, wie ich finde. Dass es alles so ein bisschen gleichmäßiger aussieht. Ich finde es so spannend, weil ich ja sonst immer sehr, sehr skeptisch Naturkosmetik gegenüber war. Aber ich glaube, je älter ich werde und je mehr ich, das klingt total komisch, aber ich setze mich mit ganz vielen Dingen einfach mittlerweile auseinander. Was esse ich? Wie esse ich? Was möchte ich und was möchte ich nicht für meinen Körper? Ich probiere einfach verschiedene Produkte aus, um zu schauen, was vertrage ich auch gut. Ich hatte neulich, hatte ich, war ich ja unterwegs und habe ganz, ganz viel Make-up getragen und so viele verschiedene Produkte drunter gemacht. Und am Ende sah ich zwar gut aus, aber am nächsten Tag musste ich noch mehr Produkt benutzen, weil meine Haut das einfach nicht mehr mitgemacht hat. Die Foundation sieht sehr, sehr natürlich auf der Haut aus. Das ist ganz spannend. Ihr seht das? Es hat sich nichts abgerollt oder so. Es sieht sehr gleichmäßig aus. So ein bisschen Hauttextur scheint auch noch durch. Mir fehlt das Wort dafür. Die Hautoberfläche sieht sehr gleichmäßig aus, ne? Oh ja, das mag ich gerne. Aber es sieht schön aus in der Kamera. Das ist erstmal gut. Auch hier auf meiner Hand, seht ihr, das ist ein ganz natürliches Finish. Ich bin natürlich jetzt sehr blass im Gesicht, ne? Ich habe im Moment recht viel Farbe abbekommen. Deswegen probieren wir das gleich mal wieder so ein bisschen hinzukriegen. Bevor ich das mache, einmal das hier kurz benutze. Das ist das Sante. Das habe ich bei Instagram gesehen. Das fand ich ganz spannend. Ein Long Lasting Lightweight Hydration Phytoglycerin. Also ein pflanzliches Glycerin. Das ist ein Fixing Spray. Das geben wir jetzt mal rüber. Oh, feiner Sprühe. Ihr seht, das seht ihr nicht, ne? Ganz fein. Um erstmal so ein bisschen Feuchtigkeit wieder ins Make-up zu kriegen. Und ich mag das ganz gerne. Probiert das mal aus. Wenn ihr Probleme habt, dass euer Make-up vielleicht nicht so lange hält, geht mit dem Fixing Spray zwischen den einzelnen Schritten rüber. Als Concealer habe ich den High Coverage Mineral Concealer mit Bio-Share Butter. Hochpigmentierter, pflegender Concealer mit langanhaltender Deckkraft für ein makelloses Finish. Das sieht einmal so aus. Ihr habt hier eine Quetschtube. Das ist eine sehr, sehr dicke Textur. Oh, Wahnsinn. Ich glaube, der ist leider ein Stückchen zu dunkel. Sehr, 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 sehr dick. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich, gerade. Manchmal erwische ich mich selber, wie ich meinen Concealer zu hell wähle. Also ja, er ist ein Stückchen dunkel. Ich hoffe, er oxidiert nicht. Aber die Deckkraft ist krass. Schmilzt gut. Erinnert mich so ein bisschen an den von It Cosmetics, wenn ich ehrlich bin. Der gefällt mir sehr gut. Jetzt von der Textur her. Blend mal ein bisschen aus. Meine Angst bei diesen sehr dicken Concealern ist, ist, dass sie immer so ein bisschen in die Fältchen rutschen. Aber gerade dafür der Tipp, spart euch einfach diesen Fältchenbereich aus. Beim Verblenden mit dem Schwamm kommt man da eh noch mal ein bisschen rüber. Und den lassen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen drauf, dass der ein bisschen warm wird. Also ich habe viel zu viel benutzt. Damit hätte ich wahrscheinlich meine ganze Familie mit Concealern können. Aber das Finish auf der Haut gefällt mir gut. Ich mache mal so ein bisschen Bronzer, ein bisschen Contouring mit drauf. Da habe ich nämlich nichts von, außer einen Bronzer. Aber der ist sehr, sehr glowy. Und dann geht es weiter. Ich bin auch schon dabei, das Ganze einmal kurz zu fixieren. Und wir sehen, der Glow kommt noch so ganz leicht durch. Ich bin noch mit einer ganz dünnen Schicht Puder rübergegangen. Concealer hat sehr, sehr, sehr gut abgedeckt. Muss ich sagen. Ich bin immer noch ein bisschen blass am Schnitzchen. Keine Sorge, das kriegen wir gleich hin. Aber die Base an sich ist ebenmäßig. Es ist so ein bisschen mattiert. Es ist aber nicht so ein ausgetrocknetes Gefühl. Es sieht sehr gesund aus. Um ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, habe ich zwei verschiedene Blushes. Einmal den Mineral Blush mit Argan Oil. Der hat einen Schimmer mit drin. Und, und den finde ich persönlich ja echt schön, ist der Multi-Effekt Mineral Blush. Der hat verschiedene Farben. Eher ein bisschen was Bischeres, ein bisschen was Pinkeres, ein bisschen was Rosaneres. Ich glaube, wir benutzen jetzt einmal fix diesen hier. Gehe einfach willkürlich mit rein. Und platziere mir den hier so ein bisschen mehr unter die Augen. Bei so helleren Blushes, der ist ja recht hell, ne? Kann man den ein bisschen unter die Augen geben. Und dann wird das Gesicht ein bisschen voller. Einfach so ein gesünderes Gesicht zu haben, ne? Nicht so ein... Der ist recht weich, ne? Ist also für so einen natürlichen Touch. Also ihr seht die Farbe. Geht es trotzdem nochmal mit dem Ton hier aus ein bisschen lang. Der hat deutlich mehr Schimmer, ne? Das seht ihr. Der ist so ein bisschen güdel, ne? Damit gehe ich hier gleich so ein bisschen in die Augen, ein bisschen auf die Nase. Und hier. Vergesst eure Stirn nicht. Und jetzt kommen wir mal langsam zu dieser Limited Edition, die es gab. Das ist die Glorious LE. Habe ich schon einige Produkte von getestet. Wir haben einmal einen Highlighter. Das ist der Glorious Highlighter. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Amresi Highlighter. Sehr hell, aber ganz schön. Sehr zart von der Farbe her. Hat aber trotzdem, schau mal, einen guten Glow. Also ohne, dass es zu viel aussieht. Damit kann man natürlich auch gleich so punktuell ein bisschen wieder aufhellen. und ein bisschen Bewegung ins Gesicht geben. Wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass es Naturkosmetik. Ich glaube, es hätte niemand gewusst. Da muss ich mir selber mal an die eigene Nase fassen, dass ich immer so voreingenommen an Produkte oder vor allem an Produktkategorien. Reicht ja schon, ne? Naturkosmetik. Ne, kann ja nicht funktionieren. So, jetzt schaut euch das mal an. Das sieht ja jetzt nicht schlecht aus. Es sieht ziemlich gut aus. Hier bin ich ein bisschen skeptisch. Der Glorious Bronzer. Das ist für mich kein Bronzer. Das ist für mich ein Highlighter-Arabah. Nice. Den habe ich nämlich schon benutzt. Der sieht so ein bisschen lila aus. Was ganz spannend ist bei einem Bronzer-Ton. Der ist sehr, sehr schimmernd. Das ist eine gebackene Textur. Und der hat schon, ne? Also so hat er einen bronzigen Touch. Und da ist er dann glowy. Was ich mit solchen Produkten immer gerne mache, ist, ich gebe die nur ein bisschen rüber punktuell. Also ich würde damit jetzt nicht über mein gesamtes Gesicht gehen. Einfach hier so ein bisschen rüberstempeln. Eins, zwei, drei. Hier an die Seiten, an die Schläfen. Der gibt schon einen gebräunten Look. Und das ist ganz spannend bei so einem Lilaton, ne? Weil Lila ja eigentlich jetzt nicht unbedingt die Farbe ist, wo ich sagen würde, ja, meine Haut ist lila. Blende das jetzt einmal nochmal alles zusammen. Und zack, passt diese Farbe fast schon perfekt zu meinem durchaus gebräunten Dekolleté. Dekolleté. Sehr, sehr schön. Ich gucke, es tut mir mal so leid, dass ich immer da reingucke. Aber ich muss ja gucken, was ihr am Ende seht. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich mir so, ja, sieht gut aus. Dann gucke ich hier rein. Und manchmal ist das da ganz anders. Aber das sieht hier sehr, sehr schön aus. Es ist glowy. Hätten wir gar nicht so glowy machen müssen, aber ihr kennt mich. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit dem Fixing Spray rüber, dass es alles richtig schön zusammenschmelzen kann. Wichtig, egal was ihr für Puderprodukte benutzt, ihr müsst Feuchtigkeit wieder zurückbringen. Gerade bei gebackenen Produkten verändert sich das Finish dann doch nochmal ziemlich stark. Ebenfalls in der Kollektion, das benutze ich, aber ich glaube, das zeige ich euch bei Instagram, haben wir Highlighter. So ein bisschen so eine Festival-E, ne? Uh, sieht spannend aus. Der ist, also der hat Schimmerpartikel mit drin, aber schau mal, der ist transparent. Du siehst, seht ihr meine Ader, die hier durchgeht? Das ist ein transparenter, schimmernder Highlight. Wisst ihr, woran mich der erinnert? Von Fenty, den Diamond Bomb, aber ohne diesen groben, groben Glitzer. Also ja, der hat auch Schimmerpartikel mit drin, aber nicht so, nicht so dicke. Es gibt ihn auch noch in einer anderen Farbe, ein bisschen Champagnerfarbener. Nice. Ich gebe ihn jetzt mal kurz, ne, gebe ihn nicht auf die Lippen, das macht ihn kaputt. Uh, das, das, das ist schön. Seht ihr das? Ganz, ganz reflektierend, ganz, wow. So ein bisschen ölig fühlt er sich an, ist wahrscheinlich auf Ölbasis. Aber jetzt schaut euch mal bitte diese Base an. Ich sehe aus wie Jennifer Lopez. Warum gibt es keine Lila Bronzer? Ja, also nicht mehr ein Lila Bronzer. Ist vielleicht eine Marktglocke. Lidschatten haben wir auch. In der Glorious AE gibt es zwei verschiedene Paletten. Einmal so eine etwas wärmere, das ist ein Schimmerfarben. Hier ist aber eine matte Farbe mit drin. Blau und, ähm, so ein bisschen was, äh, bisschen was wärmeres. Es gibt aber so Standardsortiment-Paletten. Einmal die Natural Roses High Pigmented Eyeshadow Palette mit Arganöl. Sieht einmal so aus. Die erinnert mich so ein bisschen an so eine gute Palette von der Charlotte. Und die Natural Nudes Palette. Das ist eher so eine Natasha Denona Palette. Benutzt mal die hier. Ich glaube, die passt jetzt mehr zu meinem Tant Look. Starte mit, äh, Chocolate. Gib mir das hier erstmal aufs Augenlid. Oh, ist ein sehr kühler Ton. Oh, das ist ganz schön pigmentiert, du. Das ist eine schöne Farbe. Ich glaube, dass so, so Naturkosmetik-Lidschatten-Paletten für viele ganz gut sein kann. Entweder, wenn ihr wirklich empfindliche Augen habt oder wenn ihr einfach nicht so, so geschminkt aussehen wollt. Also, na, ihr seht ja, guck mal, wie pigmentiert die Farbe ist. Ich gehe mit einem Blendepinsel ganz leicht nur rein und habe schon richtig schönen Auftrag an Farbe. Wirklich pigmentiert. Das habe ich nicht gerechnet. Erinnert ihr euch noch an so diese alten Naturkosmetik-Lidschatten-Paletten, die eigentlich nur aus, weiß ich nicht, Wasser und Mehl bestanden haben. Ja, jetzt mit einem richtigen Pinsel, einem Packing-Brush. Ah, das ist schon überraschend. Ein bisschen ausblenden. Unten lang. Ich würde es heute mal bei so einem matten Look belassen, glaube ich. Die anderen Farben hier aus der Glorious-Palette, die zeige ich euch, glaube ich, bei... Nee, komm, warte mal, der Goldton passt jetzt, glaube ich, ganz gut dazu. Ich gehe jetzt mal hier in den Ton. Nur hier ins Zentrum. Uh. So, komm mal ran auf den Meter hier. Seht ihr das? Ist butterweich. Butterweich. Und damit kann ich ganz präzise hier rauf gehen und nur so ein bisschen Bewegung mit reinbringen. Aufs Zentrum schicke ich jetzt vorne nochmal mit dem helleren Ton rein. Der ist so ein bisschen silbrig-grau. Für ein kleines Highlight. Unter die Augenbraue. Never ever hätte ich... Ich hasse mich dafür, dass ich so voreingenommen immer bin. Schau das mal. Es sieht genauso aus, als hätte ich eine teure, teure Lidschattenpalette benutzt. Ich gehe jetzt hier nochmal mit Americano lang. Setze mir das hier nur an die Lashline. Also hier, der Highlighter ist ein bisschen viel. Sieht aus wie so ein kleines Milchbärtchen. Spektakulär, würde ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, womit ich weitermachen soll. Ich habe jetzt so viel noch für die Lippen und für die Augen. Ich habe einen braunen Eyeliner gefunden. Warte mal. Einmal in blau, marine. Aber das ist eher so ein... Das ist eher so ein... Das ist eher so ein... So ein Moosgrün. Und... Braun. Braun ist wirklich sehr braun. Habe ich jetzt leider gerade keine Verwendung für. Gibt es in Braun in so einem leichten... Da habe ich Verwendung für. Das ist eine sehr feine Spitze. Und damit ziehe ich mir so ein bisschen das... Das in der Corner rein. Und hinten. Ganz leicht, nur um das Auge so ein bisschen in Form zu bringen. Okay, da muss ich natürlich jetzt noch mal ein bisschen schauen. Habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Um das Ganze hier mal ein bisschen zu beschleunigen, hüpfen wir noch einmal kurz zu den Lippen. Es gibt Lippenstifte und, die fand ich persönlich ganz spannend, Intense Color Glosse. Das sind Lipglosse mit sehr viel Farbe. Ich glaube, dass das jetzt hier ziemlich gut sein könnte. Organic Share Butter Glistening Nude ist, glaube ich, meine Farbe heute. Riecht noch... Also riecht jetzt nicht besonders. Uh, warte mal, warte mal. Oh, halt, halt, halt. Ich gehe mit dem Augenbrauenstift als Lip Liner einmal lang. Das hält nämlich immer ganz gut. Und jetzt mit dem Gloss. Also, wenn ihr mich fragt, und ich glaube, ihr fragt mich, würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein klasse Schornhantokosmetik-Look ist, oder? Ist schon ganz schön viel geworden, aber ziemlich gut. Ist so ein bisschen Red Carpet-Look geworden. So Jennifer Lopez, Matt Gala oder so. Sehr glowy, sehr bronzed. Ich liebe die Lidschatten. Dieser Schimmerton. Huh, 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 huh. Ich fasse mich mal kurz. Das war ziemlich, ziemlich gut, oder? Ich weiß nicht, ich bin so... Ich würde mir wünschen, dass diese Videos live werden. Dass ich das live mit euch besprechen könnte. Weil ich glaube, dass man da viel, viel mehr über die Produkte sprechen kann. So kann ich halt immer nur ein bisschen erzählen. Ich hoffe, dass YouTube irgendwann mal eine vernünftige Live-Funktion hat, dass man irgendwie live so ein Video machen kann oder live reagieren kann. Erfällt mir sehr, 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 sehr gut. Also es war jetzt kein Produkt, wo ich gesagt habe, hm, gut, vielleicht der eine Blush. Der war mir persönlich ein bisschen zu lasch. Concealer sehr, sehr deckend. Benutzt nicht zu viel davon. Sonst rutscht es vielleicht in die Fältchen. Aber die Foundation. Bronzer, super spannend, wenn man so einen Glowy-Bronzer mag. Ansonsten eher punktuell. Alles sehr, sehr gut funktioniert. Es fühlt sich gut an. Ich fühle mich nicht so beschwert im Gesicht. Das ist ein ganz wichtiges Gefühl mittlerweile für mich. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten seid. Schreibt mir das unbedingt einmal in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Und vielleicht habe ich euch ja zu dem einen oder anderen Produkt inspiriert. Also schaut da gerne mal vorbei. Die Produkte gibt es, glaube ich, bei Rossmann in einigen Filialen als Theke sogar. Bei uns zumindest. Online findet ihr das. Ich schreibe schon alles hin. Wie süßen, passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.